Ja, guten Abend meine Lieben, jetzt bin ich wieder nochmal hier der Promi-Produzent. Jetzt ist es schon spät, aber ich habe jetzt gesehen, die Sarah Lombardi hat jetzt geweint wegen der Trennung und so weiter. Es fällt ja alles sehr schwer. Deswegen, ja, jetzt habe ich das gerade gelesen bei Bild.de und ja, vielleicht, ja gut, man kann da auch sagen, gut, wenn man jetzt fremd geht oder Seitensprung macht, klar, der Pietro muss hier nicht verzeihen, aber ja, ich finde es natürlich auch schade, dass die beiden nicht mehr so existent sind, existent sind sie, aber sie sind nicht mehr zusammen. Also von daher, ja, von daher wird, was steht da? Ich muss mal kurz Schluss mal, wie gesagt, schaut euch das an oder ich wollte es euch mitteilen, Sarah weint.